Hi Günther, das ist schön, dass du dich zu uns gefunden hast. Das habe ich schon mal gesehen. Dass du dich zu uns gefunden hast? Ja, ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Wie soll ich das denn sonst sagen? Dass du zu uns gefunden hast. Ich habe es halt ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ach so, na klar, natürlich. Nennen wir es mal ausführlicher. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ui, ne? Ach ja? Also die Frau ist ui oder das Let's Play von Inka ist ui? Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht. Ich weiß, was ui ist. Ui! Du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hohen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin. Da wir nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Oh, jetzt gibt es jetzt mal Bang, Bang, Bangeli Bang. Ich sag Bang, Bang, Bangeli Bang. Bang, 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 Bang. Bang, Bangeli Bang. Ich sag Bang, Bang, Bangeli Bang. Bang, 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 Bang. Oh, jetzt ist wieder alles vorbei. Wahrscheinlich steht er jetzt mit so einem Arsch auf einmal so angehoben, weil er auf dem Bauch liegt und dann eben halt gerade ein Fahrradständer geht. Ja, ein Jäger ist tot. Sind zwei Jäger, ne? Alter Vater. Oh, sagt der Inka. Keine Brieger. Ja, ja, okay. Stirb! Du alte, ähm, Gula-Dosen-Prostituierte. Piu! Piu! Ja. Hahaha. Was bei uns bei der... Genau, das hat... Hallo, hallo. Was noch mehr? Was ohne Uzi? Pfff. Was bei uns noch bald neu rauskommt? Achso, an diesem Gitter-Ding? Ja, ja. Nee. Uff, mach wie du meins. Nein! Hahaha. Hattest du gerade den Kick gehabt? Ja. Okay. Wen? Tio. Halt und geh. So. Ich meinte eigentlich hier, ne? Aber okay. Ja, wie ist das denn gemacht? Ja, rüber gesprungen. Ja, runter geswitcht. Da die Treppe runter was sagen. Nein, da kommen wir doch her. Wo hast du als wir es hier gespielt haben, Inka? Ja. Warst du? Kacken? Okay. Ja, gut, muss man ja mal machen, ne? Wenn man mal kacken muss, muss man kacken, ne? Da habe ich doch gesagt, Treppe runter. Und was machst du, du rennst die Treppe runter? Da kommen wir aber her, Uschi. Ihr merkt das selber, ne? Manchmal fühle ich mich ganz in den Wald gehen sollen. Ach so, warum? Warum sollten irgendwelche andere Leute beißen? Ja, ja. Das da ist definitiv ein Erpel vor dir. Ich dachte das dann. Meinst du, das ist eine Ewa? Ja. Ein Erpel ist das Bühne, ne? Ne, ist ein Ente, Mann. Ach so. Gott, ey. Und so weiter und so fort. Hier haben wir gespielt. Marco, Polo. Marco, Polo. Marco, Polo. Polo. Hier soll ich lang. Und dann? Ja, dann da los. Ja. Doch, dass... Ja, genau, Enka, vielleicht genau. Und ich darf nachher wieder ein Video runterladen morgen. Ich glaube, wir wollen die Selbstmord machen. Das wollte er mit damit bestimmt sagen. Aber jetzt eben mal ein Versehen. Aber wo will er denn hier lang? Hallo, Kyla. Meine Fresse ist das lange her, dass du mal wieder da gewesen bist. Ah, okay. Es ist offensichtlich keine gute Idee, da hast du recht, lieber Angie. Das hat mir irgendwie nichts gebracht, glaube ich. Ich habe gedacht, ich habe die Lösung gefunden, aber... Nein. Winke, alter. Was denn? Stehe ich hier auf dem Brett und bin trotzdem nicht da? Nee. Ja. Nee. Der will da... Der will da... ah und jetzt wahrscheinlich jetzt bin ich aber dran ich mache mal gleich die ist da gerade runter warum ist sie denn darunter gefallen aber hat ich brauche neue knallen nein natürlich hat er gewartet halt die fresse du hast ich schieße die ganze zeit ich kriege gleich ersten roh alter meine frisse aber den oberen schon weg Wo ist der andere Schweineficker, Alter? Oh, was? Da. Nicht dein Ernst. Ich habe gerade eine knallrote Bärne, glaube ich. Ich glühe. Was? Ich bin gerade ein bisschen... Bist du jetzt bereits erleichtert? Ich? Nein, ich bin emotional angetan. Ach, weil ich so oft gestorben bin, wenn ich mich so aufgeregt habe. Siehst du nicht, was für eine knallrote Bärne ich habe? Ich muss, glaube ich, eine richtig rote... Also, ich glühe im Gesicht. Du hast Tränchen in dir auch. Ja, echt? Total sauer bin ich gewesen, Alter. Alter, weiter! Gott, seht ihr mutig! Ja, aber ich meine... Oh, das ist nice. Das könnte helfen. Warte mal, das ist der Dicke. Warte mal, der ist gut. Das war nämlich das Alien, du weißt du? Ah, nee, das ist das Alien. Ich habe ihn gesehen. Scheiße. Alien! Hahaha. Oh. Nein! Das ist das Alien! Ah! Das habe ich doch daneben getroffen. Sali möchte das nicht halten, ja? Da drüben ist noch einer. Okay. Vielleicht funktioniert der da drüben. Ah, okay. Sali, jetzt kannst du irgendwie rüber. Mit dem Ding. Nee, egal. Vielleicht ranhängen? Ups, nee! Verlaken, schwarz. Inka? Du bist echt eine Katastrophe. Vielleicht wieder runter. Das ist doch gut aus. Das ist jetzt, als müsstest du da jetzt hätten. Und alle... Oh. Ich frage mich manchmal, ob du das mit Absicht warst. Nein, aber er hat sich gemacht. Ja, warte ich mal dritten und was muss ich noch immer noch darüber. Ja, du musst weiter nach rechts gehen, Inka. Jetzt kannst du rüberhüpfen. Hopp! Hopp! Doch will er. Nein! Doch will er. Er will dich an die Leiter. Doch will er! Er will nicht an die Leiter. Wenn ich das jetzt krieg, in der Hand... Ach! Inka, ich danke, der will der nicht. Hast du mir nicht gerade versichert, dass der da nicht ran will? Hallo? Inka. Lass doch Sali in Ruhe, da ist eine riesengroße Stadt, die hat sich neu eröffnet. Das ist doch, glaube ich, viel, viel interessanter als einen alten Knacker, der am Grundeinkletter zuschaut. Ich muss sicher gehen, dass er halt ankommt. Was? Wie, was? Dass er halt ankommt. Ja. Ja. Dann suche ich ihn eine Pflegerin oder so. Das ist die Pflegerin oder so. Das ist die Pflegerin oder so.